Der Dschungel ist neutral. Wenn du hineinträgst, bist du zu schwach, dann bezwingt. Was sollen wir tun? Sollen wir zurückgehen? Was ist mit dem Haus von Fahill? Das sah verlassen aus. Was denkt ihr, wo wir sind? Im Nirgendwo. Im Scheißgarten von irgendjemandem. Wo wir nicht hingehören. Da sind wir. Der himmlischer Vater, führe uns durch das Dunkel, damit wir dein Urteil vollstrecken können. Warum machen die das? Wir haben doch nichts getan. Sie werden uns jagen, bis sie uns haben. Leute, jetzt kommt schon. Los, weiter. Von wegen hier ist sonst niemand außer uns. Von wegen hier ist sonst niemand wesentlich.